Einen wunderschönen guten Morgen. Ich will sie lieben, die Apple Podcast App, aber sie macht es mir nicht leicht. Angefangen damit, dass ich sie in vielen Aspekten schlicht nicht verstehe. Und mir ist nicht so ganz klar, wie diese vorinstallierte Standard App, wohlgemerkt auf weltweit jedem iPhone, doch so unzugänglich ausfallen kann. Anyway, vielleicht bin auch ich das Problem, deshalb ist dies der Versuch, mir selbst Apples Podcast App zu erklären.